Herzlich willkommen bei DigiDigger, deinem Podcast rund um New Work, digitales Mindset und Unternehmertum. Heute haben wir bzw. habe ich zu Gast den Daniel Bachmann. Der Tim hat heute Geburtstag. Dementsprechend, alle, die ihr das gerade hört, dürft ihr für den Tim heute ein Ständchen singen. Das ist aber der Grund, warum er nicht am Start ist und ich das Vergnügen habe, Daniel, dich hier begrüßen zu dürfen. Zwei Sätze von meiner Seite. Daniel ist Co-Founder und CTO von Greevy. Wir haben uns auf einem Startup-Pitch kennengelernt und ich war total begeistert von deinem Pitch und deiner eurer Story und wollte deswegen super gerne, dass du in unsere Show kommst, damit wir darüber reden können und wir das noch mehr Leuten zugänglich machen können. Aber bevor es losgeht, die Eingangsfrage an dich, Daniel. Sag doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Auch von meiner Stelle alles Gute an Tim. Happy Birthday! Aber so, dass wir auch seinen Geburtstag feiern können. Unbedingt. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin Daniel, Co-Founder von Greevy. Ich bin CTO. Das heißt, ich bin verantwortlich für das Technische bei uns, habe die App programmiert und ja, das ist, was ich mache. Okay. Erzähl uns doch mal, weil wahrscheinlich nicht alle Menschen direkt auf Anhieb schon wissen, was ist Greevy? Erzähl doch mal, was macht ihr? Was habt ihr für eine App? Was bietet ihr an? Worum geht's? Ja, sehr gerne. Genau, wir haben den ersten digitalen Trauerbegleiter entwickelt. Das heißt, ihr könnt mich das vorstellen, wenn ich das erzähle, dann sagen die meisten Leute immer, okay, was bedeutet das? Verstehe ich nicht. Das ist quasi eine App, die man sich nach einem Todesfall von einer Person, also jemandem im Umfeld, wie zum Beispiel Freunde oder Familie, runterladen kann. Und da wird man quasi in der Trauer unterstützt. Also, man kann da zum Beispiel ein Trauerbegleitungstagebuch, wo man so seine Stimmung tracken kann. Man hat aber auch so verschiedene Kurse zu verschiedenen Themen und die helfen einem so ein bisschen, die Trauer zu verarbeiten. Genau. Okay, krass. Fand ich auch, als ich irgendwie deinen Pitch gehört habe, ich kann mich noch sehr gut an dein Intro erinnern. Das war ja eigentlich so eine Veranstaltung, die sehr bunt und sehr laut und sehr extrovertiert gewesen ist. Und dann fing dein Pitch an und da war wirklich der ganze Saal irgendwie erstmal mucksmäuschenstill, weil gerade Tod und Trauer so aus meiner Wahrnehmung zumindest ja schon so ein Thema sind, das irgendwie in unseren Breitengraden hinter verschlossenen Türen passiert. Wie bist du, wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen? Also erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen was zu eurer Entstehensgeschichte, bitte. Ja, sehr gerne. Genau, also meine Mitgründerin Nele, also sie ist Psychologin und dazwischen auch Doktor. Und sie hatte vor ein paar Jahren auch ihren Vater verloren plötzlich und hat sich dann auch so ein bisschen nach dem Todesfall nach Lebensangeboten umgeschaut, ist dann aber, ja, ich sag mal, auf nichts wirklich Zutreffendes gestoßen. Also die meisten Probleme, die es dazu gibt, ist, dass man oft sehr lange Wartezeiten hat, dass es nicht flexibel ist, zeitlich und örtlich und dass es auch oft ziemlich religiös ist, was gerade bei jungen Menschen ja heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz passt. Und sie hatte dann die Idee, okay, vielleicht kann man das Ganze in der App anbieten, weil sie auch selber Psychologin war. Genau. Und sie ist dann damals auf der Suche nach Programmierern gewesen, ist dann an einen Professoren damals, der bei mir ein Modul geleitet hat, gekommen. Und ja, dann haben wir so eine Art Projekt gehabt und dann hat sie mich nachher gefragt, ob ich dann auch langfristig quasi nach dem Projekt weiter daran arbeiten möchte. Genau. Und mein dritter oder mein zweiter Mitgründer, Enis, mit dem habe ich damals zusammen studiert, der war halt auch in dem gleichen Projekt und dann aber quasi uns als Dreier-Team zusammengefunden. Genau. Ah ja, okay. Du hast jetzt gesagt, damals und natürlich schon, also weil es ja eure Geschichte ist, so in der Vergangenheitsform gesprochen. Gib uns doch mal so einen kurzen historischen Überblick. Wann, wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Wann habt ihr angefangen und was sind so Milestones eurer Geschichte, damit wir auch irgendwie so einen zeitlichen Horizont und eine zeitliche Einordnung haben? Ja, das ist eigentlich gar nicht so leicht zu sagen. Also irgendwie, ich komme immer so ein bisschen durcheinander. Kenn ich. Also dieses Projektseminar, das hat damals im Oktober angefangen. Das müsste 2020 oder 2021 gewesen sein. Genau, das ging dann ein halbes Jahr und danach haben wir halt erstmal quasi nebenbei weitergemacht mit Revy. Das war dann bei mir neben dem Studium und bei Enis und bei Nele war es während ihres Doktors quasi. Genau, das haben wir dann einfach so nebenbei gemacht, was natürlich super anstrengend war, super zeitintensiv. Und dann haben wir aber gesagt, so, ja, dann ist dann glücklicherweise relativ zusammengefallen, dass Nedes Doktor und mein Bachelor ungefähr gleichzeitig geendet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, aber jetzt machen wir Vollzeit. Und das ist jetzt seit ungefähr September letzten Jahres, haben wir dann gesagt, wir machen Vollzeit. Und ja, seitdem haben wir auch unser eigenes Büro. Ich bin jetzt gerade sogar im Umzug des Büros. Also das gehört auch wieder eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Genau, was vielleicht noch so eigentlich der größte Meilenstein war, würde ich sagen, ist natürlich der App-Launch, also auch wirklich der richtige Release auf den App-Store. Das war jetzt ungefähr vor knapp zwei Monaten. Genau. Weißt du, das ist so der Zeitplan. Eine ganz interessante Side-Story sozusagen. Also ich habe bei uns im Team auch irgendwie darüber gesprochen und habe so ganz aufgeregt erzählt, dass wir einen Podcast zusammen machen, weil ich halt irgendwie eure App total cool finde. Und eine Kollegin hat gesagt, dass sie so in der Beta-Phase Testerin bei euch gewesen ist, weil sie einen Trauerfall zu bewältigen hatte und hat dann direkt erzählt, kenne ich. Und ich so, ach krass, okay. Ja, das war, so fließen die Dinge dann wieder zusammen. Ja, genau. Wir hatten nämlich eine Testphase ziemlich lang sogar. Die Testphase ging irgendwie ein Jahr, also vor unserem Release quasi ein ziemlich genauer Jahr, würde ich sagen. Und das natürlich ist noch ziemlich lang für eine Testphase, aber uns war es halt sehr wichtig, dass irgendwie alles stimmt, wenn wir auf den Markt gehen, weil es halt so ein sensibles Thema ist irgendwie. Also wir haben echt viel noch verändert während der Testphase, haben viel gelernt und dann auch noch einiges angepasst. Ja, und es waren halt insgesamt über 500 Trauernde, die wir alle in der Testphase hatten. Deswegen, ja, interessant, dass deine Kollegin uns schon kannte vorher. Ja, total. Da habe ich auch gedacht, ey, alles richtig gemacht. Also wir müssen dieses Gespräch heute unbedingt, unbedingt, unbedingt führen. Kannst du uns ein bisschen was so über, gerade du hast ja gesagt, eine Ein-Jahr-Testphase, ihr habt es am Anfang studienbegleitend gemacht, dann habt ihr es intensiviert, seit September Vollzeit, jetzt zwei Monate online, also seit zwei Monaten wirklich auch für die breite Masse sozusagen zugänglich. Aber erzähl doch mal, was waren so in dieser Testphase, was waren eure Key-Learnings, was habt ihr daraus mitgenommen? Boah, das ist eine ganze Menge. Also auf jeden Fall würde ich einen Aspekt sagen, das war das Design von der ganzen App. Also ich erinnere mich noch an das, vor allem an das Projektseminar, wo es wirklich ganz gestartet hat, sage ich mal. Also da sah die App komplett anders aus, also gar nicht zu vergleichen. Das sah auf jeden Fall auch wesentlich schlechter aus. Also da auf jeden Fall haben wir viel dazugelernt, gerade auch, weil wir jetzt im Team nie jemanden hatten, der so von Haus aus Designer war, Designerin. Deswegen war das für uns auch sehr schwierig, aber ich glaube, da haben wir jetzt viel dazugelernt. Oder ansonsten, ja, war es auch einfach auf die Bedürfnisse der Trauer zu hören, würde ich sagen. Also ist natürlich, also dadurch, dass Seele und ich selber auch durch den Tod meiner Mutter schon so wussten, wie sich das ungefähr anfühlt, ist es aber natürlich trotzdem so, dass es halt für jeden individuell ist und dass wir jetzt nicht für alle Trauer entsprechen können. Und deswegen haben wir auch während der Testphase auf jeden Fall gelernt, dass es halt, dass viele Leute Bedürfnisse haben, die wir beide jetzt vielleicht gar nicht so gehabt haben. Und deswegen war es da für uns auch nicht mehr sehr hilfreich, mal die Bedürfnisse der anderen zu hören. Was würdest du sagen, sind denn Bedürfnisse von Trauernden? Weil ich finde wirklich, so Trauer ist ja echt was, was eigentlich nicht so öffentlich stattfindet. Also was sind das eure? Ja, total. Also deswegen fand ich es umso wichtiger, auch dich einzuladen und mit dir heute drüber zu sprechen, weil auch Tod gehört ja genauso zum Leben dazu wie Geburt. Also es wird uns alle zwangsläufig treffen, in den unterschiedlichsten Konstellationen. Und deswegen lass uns doch mal drüber reden, was sind denn Bedürfnisse von Trauernden? Ja, also das ist auch, das hat in den Bildern sehr unterschiedlich. Also viele wollen einfach an die Hand genommen werden, sage ich mal. Also auch teilweise vielleicht tröstende Worte und sowas, was in die Richtung geht. Viele wollen sich aber auch wirklich damit auseinandersetzen. Also wirklich, was ja auch bei uns in den Kursen so, das ist ja, sag ich mal, das Hauptziel ist, zu wissen, okay, warum fühle ich mich gerade, wie ich mich so fühle? Warum bin ich jetzt vielleicht sogar wütend? Oder was steckt hinter bestimmten Gedanken, die ich habe? Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, es gibt ja diese verbotenen Gedanken, die man dann hat. Also jetzt zum Beispiel, wie es bei meiner Mutter war, nach einer längeren Krankheitsgeschichte, wenn jemand verstirbt, dass man denkt, okay, jetzt ist es endlich vorbei, jetzt ist es jetzt vielleicht sogar gut, dass die Person von dem Leiden erlöst wurde. Da fühlen sich viele Leute halt schuldig, weil die denken, okay, jetzt freue ich mich, das oder was heißt, ich freue mich, das ist falsch geworden, aber jetzt bin ich erleichtert, vielleicht sogar, dass eine Person verstorben ist. Und da ist es vielleicht auch für viele Trauernde einfach wichtig, dann zu hören, dass es erstens normal ist und dass es den anderen meisten so geht. Und ja, das ist so ein gutes Beispiel für ein Bedürfnis. Und wie kann ich mir jetzt vorstellen, also wie helft ihr dabei, den trauernden Menschen bei diesen Bedürfnissen zu begleiten? Also wenn ich mir jetzt eure App angucke und ihr sagt ja auch, your grief safe space, wie kann ich mir die Begleitung durch eine App vorstellen? Also der Hauptaspekt sind dann wirklich diese Kurse und die wurden halt, die haben wir zusammen mit Psychotherapeuten entwickelt und die basieren halt auf der konkreten Fallstherapie, also das, was auch so in der Praxis, sage ich mal, angewendet wird. Das heißt, du hast meistens so eine Kurzrelektion, wo du so ein paar psychologische Wissens oder ein bisschen psychologisches Wissen vermittelt bekommst. Das heißt, du erfährst, okay, warum ist das so, wie es gerade ist? Und dann hast du meistens so Aufgaben, interaktive Aufgaben, wo du dich dann aktiv mit dir draus auseinandersetzt. Das sind dann Multiple-Choice-Aufgaben, Audiodateien, was dann so eine Richtung von einer geführten, ja, man kann fast schon sagen Meditation geht oder so eine Aufgabenführung, ganz unterschiedliches, also so Aufgaben, die man quasi bekommt oder auch so Schreibaufgaben, um sich dann quasi damit auseinanderzusetzen. Und das geht dann zu verschiedenen Themen. Alle Gefühle werden abgedeckt, verbotene Gedanken, Grübeleien, Mauerverhaltensmuster, die man sich vielleicht aufgebaut hat durch die Trauer. Ja, das sind so die hauptsächlichen Aspekte. Was können denn so Verhaltensmuster sein, die ich mir durch Trauer aufbaue? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Verwenden von Alkohol oder anderen Substanzen, um sich irgendwie abzulenken. Das betrifft auch mehr Leute, als man vielleicht meint. Gerade weil es halt kurzfristig, wenn man sich dann vielleicht etwas besser fühlt, erleichtert fühlt. Und wir zeigen halt zum Beispiel in unserer App auf, okay, kurzfristig fühlt man sich besser, aber langfristig macht es halt einfach alles wesentlich schlimmer, sage ich mal. Ja, das heißt, das ist so ein klassisches Verhaltensmuster, was viele Leute haben. Ja, voll, ne? Oder ein anderes Beispiel, genau, oder ein anderes Beispiel ist, dass man so ein Sog des Nichtstums gerät irgendwie, dass man so verständlicherweise auch irgendwie sich ins Bett legt und einfach nichts mehr machen will, dass man zu Hause bleiben will, dass man für sich alleine sein will. Genau, und dass es sicherlich auch manchmal nötig ist, für sich zu sein und Ruhe zu haben, aber dass man halt auch darauf achten muss, trotzdem noch aus dieser Komfortzone rauszugehen und Sachen zu erleben. Ja, und es gibt, ich habe auch schon ein paar Mal beobachtet, das Gegenteil dazu, also dass irgendwie so Verdrängung und Flucht dann auch, weiß ich nicht, Flucht in Arbeit zum Beispiel sein kann, ne? Also das irgendwie so total zu verdrängen und eben gar keine, gar keine freie Minute sich zu gönnen, in der ich die Trauer überhaupt wirklich mal zulassen und verarbeiten kann, sondern mich halt dann mit Arbeit zuhäufe, damit ich das nicht fühlen brauche, ne? So das, was der eine, genau wie du beschreibst, ne? Die eine Person macht's vielleicht durch Alkohol, die nächste durch nix mehr tun, essen, schlafen, nicht schlafen, nix mehr essen, zu viel essen, zu viel arbeiten, zu wenig arbeiten, ja. Das kann alles sein und in alle Richtungen, ja. Ja, total. Und ich meine, wenn ihr dann ein Angebot schafft, das mich sozusagen erstmal digital und flexibel begleitet und mich vielleicht auch schon mal ins Fühlen bringt und ein, so diesem, diesem Akzeptanz, mein Akzeptanzlevel der Situation, in der ich mich gerade befinde, ne? Also diesen Verlust überhaupt erstmal anzuerkennen, dann ist das ja schon ein Riesenschritt. Genau. Das ist halt genau diese Hemmschwelle, die so eine App hat, die bei einer App halt ziemlich gering ist, gerade wenn man das vielleicht vergleicht mit einem Therapeuten oder einem Seelsorger oder sonst irgendwas, sich ein App runterzuladen, das ist halt erstmal ein verhältnismäßig einfacher Schritt, wo man dann auch bei uns die erste Hilfe bekommt, sag ich mal, und sich auch mit der Trauer auseinandersetzen kann. Uns ist natürlich auch bewusst, dass es so eine persönliche Begleitung wie ein Therapeuten nicht ersetzen kann, aber es bringt halt diesen Erstkontakt erstmal mit dem Thema. Und langfristig wollen wir dann auch in der App die persönlichen Kontakt anbieten. Also dass man quasi in der App sich direkt Trauerbegleiter und Seelsorger und Therapeuten buchen kann, sag ich mal, und dann ein Treffen mit denen hat. Direkt vereinbart. Ah ja, das wäre natürlich optimal, ne? Weil auch das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung in unserem System, ne? Überhaupt jemanden, also wenn ich den Schritt gegangen bin, dass ich bereit bin, nach Hilfe zu fragen, diese dann überhaupt zu finden, ne? Auch wie du eingangs ja schon gesagt hast, mit entsprechenden Kapazitäten, der oder die mir jetzt überhaupt helfen kann. So, das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Ja, das ist ein Riesenproblem. Also, ja, die Kapazitäten sind einfach nicht da, wie sie da sein sollten oder müssten. Und ja, da ist halt auch so eine App. Erstmal der Erstkontakt, aber auch sicherlich dann, wenn es in den ersten Monaten dann soweit ist, um sich auch Leute direkt buchen zu können, dass es einfach auch leichter wird, jemanden zu finden, der einen helfen kann. Ja, ja, total. Also, da, da leistet ihr, leistet ihr mit eurer Arbeit ja auch echt wirklich einen sehr krassen und, und, und wichtigen Dienst, so, ne? Und auch, auch das, das Thema überhaupt, äh, nochmal zu besprechbar zu machen, ne? Und, 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 erfüllbar, erfüllbar zu machen. Nun ist es aber, ja? Ja, ich habe tatsächlich, also, was ich auch noch erreichen wollen, wo ich so eine Frage an dich hätte, tatsächlich, ähm, wie ist das, ähm, wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, der vielleicht gerade trauert, ähm, weil du jetzt vielleicht nicht so stark von betroffen bist, ähm, weißt du dann, wenn du dich am besten verhältst oder wie dir der Person helfen kannst, weißt du, also, was machst du dann normalerweise? Oder ist es überhaupt schon mal vorgekommen, vielleicht? Hm, ist schon vorgekommen und im ersten Moment fühle, glaube ich, oder in den ersten Momenten habe, glaube ich, auch ich mich relativ hilflos gefühlt, ähm, in der Fragestellung, sagen, was kann ich eigentlich tun? Ähm, und was ich dann immer getan habe, ist entweder dieses, explizit diese Frage zu stellen, ne? Oder, oder zumindest zu signalisieren, wenn ich irgendwas tun kann, dann bin ich hier, so, ne? Und, und, äh, tun bedeutet ja dabei nicht zwangsläufig, dass ich wirklich ins Handeln komme, sondern ich glaube, das Erste und wichtigste ist ja erstmal, vielleicht einfach nur da zu sein und einfach nur zu begleiten, in Anführungszeichen nur, ne? Und die Trauer, äh, nicht heilen zu wollen, ne? Sondern, also, die soll ja nicht weggehen, sondern die, die, die muss ja erstmal gefühlt und akzeptiert werden, bevor sie sich überhaupt transformieren kann. Ähm, richtig. Aber das ist für mich als Begleitperson schon schwierig, ne? Also, wenn ich neben jemandem sitze, der, oder die in ganzer Trauer ist, das bringt natürlich auch mich schon an, an meine Grenzen und in, in, in einen Bereich der Hilflosigkeit, so. Könnt, könntet ihr mir dann sozusagen auch, also, könntet ihr mir dann auch dabei helfen, zu begleiten? Oder warum stellst du die Frage? Ja, also, ich fand's gerade einfach erstmal interessant, weil das haben wir jetzt in der, in der App auch ganz oft gehört, dass viele Leute einfach es unglaublich schwer finden, dann für jemanden da zu sein. Habe ich damals auch selbst erlebt, so unter Freunden und sowas, das ist da irgendwie, ja, man wusste nicht so genau, wie man drüber reden soll, gerade weil ich auch nicht so wirklich damit auf andere zugegangen bin. Ähm, aber erstmal Lob an dich, also, das machst du schon ganz gut, würde ich sagen. Dankeschön. Ähm, einfach die Hilfe anzubieten, ohne aufdrücklich zu werden. Ähm, und auch solche, ja, es gibt viele Leute, die dann Sachen sagen, die sie gut meinen, ähm, aber die halt nicht gut sind. Ähm. Zum Beispiel? Boah, jetzt hast du mich, ähm. Erwischt. Also, also grundsätzlich ist, ähm, also was auch viele Leute sagen, ist zum Beispiel sowas wie, okay, die Person hätte sie nicht gewollt, dass du traurig bist. Ähm, das, das klingt im ersten Mal vielleicht gar nicht so schlecht, aber wenn man drüber nachdenkt, ähm, dann versucht man irgendwie so der Person ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie gerade traurig ist. Und das ist ein falscher Ansatz. Also, wenn man traurig ist, dann, dann ist das so, dann sollte man das akzeptieren. Ähm, und das ist ein sehr gutes Beispiel, was auch viele Leute tatsächlich sagen, was aber vielleicht nicht mal ganz angebracht ist. Ja, und vielleicht zu deiner Frage noch, wie wir das, ähm, wie wir das quasi in unserer App anbieten. Also, aktuell liegt noch der Fokus wirklich auf den Trauernden selber. Ähm, aber wir, was wir jetzt machen, ist immer mehr auch Artikel, sag ich mal, rauszubringen in der App und auch auf der Webseite, die man andere unterstützen kann, die von der Trau betroffen sind und was wir auch machen wollen, ist, ähm, quasi, dass man unsere App jetzt in den letzten, in den letzten Wochen quasi trauernden schenken kann. Also, dass man quasi, ähm, unsere, oder unser, unser Abo-Modell quasi, dass man quasi für die andere Person das dann zahlen kann und dass die Person das dann kostenlos nutzen kann. Genau. Und dann, dass die Person quasi Hilfe von uns bekommt. Ah, das ist eine super Idee. Ähm, und vielleicht auch eine ganz, ganz spannende Überleitung zu, du, ihr leistet ja einen wirklich wichtigen Dienst, aber den könnt ihr ja auch nur leisten, wenn ihr selber, du hast ja gesagt, ihr macht es in Vollzeit, den könnt ihr ja auch nur leisten, wenn ihr es für euch so wirtschaftlich erfolgreich macht, dass ihr das halt auch tun könnt. Ne? Das heißt, wie ist denn so eure, äh, gucken wir jetzt mal aus der, aus der wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Perspektive auf die App, die ja einen krassen Purpose hat, aber eben ja auch wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Wie ist denn so euer Monetarisierungsmodell? Ja, das ist natürlich immer eine Frage, die, die eigentlich immer aufkommt, gerade mal so ein sensibles Thema ist. Ähm, also die App erstmal zum Donner ist kostenlos. Das war uns, das war uns wichtig, ähm, weil es dann auch direkt Funktionen gibt, die man auch kostenlos nutzen kann. Also, wo dann quasi jeder schon mal Unterstützung bekommt, wie zum Beispiel das Trauertagebuch, das ist kostenlos. Ähm, wie wir uns finanzieren, ist dann quasi über ein Abo-Modell. Also, das ist für eine App ganz klassisch. Das kennen ja die allermeisten schon. Du hast dann Monats, ein Dreimonats- und Jahresmodell, wo dann, wo du dann quasi in dieser Periode immer Geld zahlst, um dann letztendlich alle Funktionen mehr nutzen zu können. Beispielsweise, dass, ähm, die verschiedenen Kurse sind bei uns dann kostenpflichtig. Und, ähm, ja, das müssen wir halt machen, um irgendwie über die Runden zu kommen natürlich. Ja, ja, unbedingt, klar. Also, wir müssen ja von irgendwas leben. Ähm, was wir jetzt gerade versuchen, ist auch vermehrt mit, ähm, mit, ähm, ja, Unternehmen zu sprechen. Ähm, zum Beispiel Bestattern, dass man dann sagt, dass sie quasi Lizenzen bei uns erwerben, ähm, die sie dann an ihre Trauerenden weitergeben können, damit die Trauerenden selber nichts zahlen müssen, was dann quasi von den Bestattern als extra angeboten wird. Das geht dann nicht nur um Bestattern, das geht dann auch mit, mit Kirchen, mit Versicherungen, mit allem Möglichen. Genau, das ist unser, unser Business-Modell. Mhm. Und wie ist, was ist eure, eure Vision? Also, wo, wo, wo wollt ihr gerne hin? Meinst du wirtschaftlich oder meinst du, äh, von, von der Trauerbegleitungsperspektive, also eher emotional? Ähm, lass uns beides nehmen, weil wir gerade beim wirtschaftlichen Teil sind, gerne erstmal wirtschaft, also, was ist so die, 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 die wirtschaftliche Unternehmensperspektive, die ihr euch gesetzt habt? Na, also, wo, wo, wo wollt ihr das Unternehmen gerne hin entwickeln? Ähm, und dann natürlich auch gerne, okay, emotional, ne, also, wo, 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 wo soll auch da die Reise hingehen, so, um Trauerende zu begleiten in dem Prozess? Ja. Ja, also, wirtschaftlich, ähm, fällt mir ein bisschen schwer, da so ein konkretes Ziel zu benennen, ähm, gerade weil wir das halt irgendwie auch nicht, ähm, also, wir haben nie wirklich geplant, da so ein Start-up oder Unternehmens-Team draus zu machen, wir haben uns so gestartet und das war dann so der beste Weg irgendwie, ähm, aber was wir auf jeden Fall erreichen wollen, ist eine Internationalisierung, also, wir wollen nicht nur in Deutschland bleiben oder jetzt gerade sind wir im deutschsprachigen Raum, sprich, wir sind auch schon in der Österreich, in Österreich und der Schweiz, ähm, kurz zur Exkurs, da sind auch tatsächlich meine beiden Mitgründer gerade unterwegs in, in Wien, in Österreich. Ah, schöne Grüße nach Wien, ihr beiden, ja. Ja, genau, schöne Grüße nach Wien, ähm, und machen da schon so ein paar erste Kontakte und, ähm, ja, und das wäre wichtig für uns, dass wir auch, ähm, die App jetzt, äh, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, äh, auf Englisch übersetzen und vielleicht sogar direkt auch andere Sprachen, ähm, um dann quasi auch Trauende in anderen Ländern zu erreichen, ähm, genau, um in Deutschland natürlich weiter zu wachsen, ähm, irgendwo auch einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen, ähm, dass es halt nicht mehr so ein Nischen-Ding ist, sondern dass man irgendwie von uns schon mal gehört hat, das wäre sehr cool, um dann halt einfach so viele Trauende wie möglich erreichen zu können. Und, ähm, emotional spielt ja sicherlich auch irgendwie damit mit rein, ähm, aber was wir auch machen wollen, ist, ähm, wir wollen weiter auf Trauer fokussiert bleiben, ähm, aber Trauer gibt es ja nicht nur nach dem Todesfall. Also es gibt ja auch nach Trennungen, nach dem Jobverlust, alle möglichen Situationen und da wollen wir dann auch da sein, dass wir quasi das, ähm, ja, auf andere Lebensbereiche erweitern, weil aktuell sind wir eigentlich nur für die, nur für den Trauer nach dem Todesfall zuständig, ja. Ja, spannend, stimmt. Trauer ist ja ein sehr, sehr weites, sehr absolut weites Feld und da gibt es ja durchaus noch andere Möglichkeiten. Ah ja, interessant, spannend. Und sag mal, ähm, so euer Team, wie viele Leute seid ihr aktuell? Also euch drei sozusagen vom Gründungsteam, weiß ich schon. Gibt es noch mehr oder seid das am Anfang ihr? Äh, genau, das sind am Anfang auch wir, wir haben auch keine weiteren Festangestellten, ähm, haben aber schon vier Praktikanten, die aktuell bei uns, äh, quasi mithelfen und, äh, mitarbeiten auch schon und auch uns sehr gut unterstützen. Hervorragend, ja. Ja, so, so, so startet man dann ja auch, ne? Und alleine, wenn ihr drei schon mal, ne, aus dem Studium heraus oder, ne, aus der Doktorarbeiten das weiterentwickelt habt, ist doch schon mal, äh, richtig, richtig, richtig cool. Ich finde auch, ne, mir das so anzugucken, wenn ich durch eure Seite durchscrolle, ähm, sieht mega gut aus und, ja, was für ein, was für ein immens wichtiges Thema das eigentlich ist. Ähm, eine Frage, die, die, die ich gerne immer so im, im Gründungs, äh, Umfeld stelle, ne, oder zwei eigentlich. Die erste ist, was war denn bis jetzt so der, der größte Fuck-up? Irgendwas, was richtig schiefgegangen ist, wo du denkst, oh nein, fuck, das wäre besser nicht passieren. Es gibt bestimmt irgendein konkretes, eine konkrete Sache, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen will, aber was auf jeden Fall ein Fuck-up-Learning ist, ähm, dass wir so ein bisschen over-engineert haben, würde ich sagen, ähm, also ein bisschen, wir wollten immer das perfekte Produkt entwickeln und mal die perfekte Traubegleitung anbieten zu können, ähm, und ich glaube, diese Ansätze, die meisten Startups machen, sind einfach mal raus auf den Markt, das wäre bei uns auch gar nicht gegangen, also sage ich mal, einfach direkt irgendwas raus, was noch nicht so wirklich funktioniert, weil das halt so ein sensibles Thema ist, aber vielleicht irgendwie ein Mittelding dazwischen wäre doch ganz gut gewesen, ähm, ja, aber wir dann halt doch echt noch lang gebraucht haben, auf den Markt zu kommen, ähm, aber andererseits, jetzt sind wir da und es, das läuft gut, deswegen ist es vielleicht gar nicht so ein großer Fuck, auch wie man meinen sollte, ähm, ja, aber das wäre so, das, was mich ab und zu mal stört, gerade auch, da wir also viel, ähm, immer gemacht haben und dann gemerkt haben, es passt vielleicht doch nicht ganz so in der Testphase dann, äh, dass man irgendwie noch vieles macht, was man danach wieder verwirft und das dann im Nachhinein irgendwie, ich sage mal, umsonst, also umsonst erscheint, aber was im Endeffekt dann, äh, ja, was auch dazugehört, weil man halt dazugelernt hat. Ja, total. Und kannst du so aus, aus, aus deiner persönlichen Gründungsgeschichte, ähm, wir haben ja auch immer wieder Leute, die, die zuhören, weil sie gerade überlegen zu gründen zum Beispiel, ne, oder, oder, weil sie gerade sich in, in den ersten Zügen von Gründung befinden. Kannst du so aus deiner Historie jetzt, was, was würdest du sagen, sind so die ein, zwei Sachen, die du anderen Gründungsteams gerne mitgeben würdest? Puh, also was ich immer ganz wichtig finde, ähm, was wir jetzt, was uns vor allem auch seit wir Vollzeit arbeiten und auch ein Büro haben und ein Coworking-Space, wo wir mit anderen Startups zusammensitzen, ist, dass man sich erst mit anderen Startups austauscht. Also das hat uns so unglaublich viel geholfen, dass, äh, es gibt ja diese ganzen Programme, wo wir auch drin sind, ähm, wo es dann Workshops gibt und, und alles, alles Mögliche. Auch super hilfreich, keine Frage, ähm, aber das Netzwerken wirklich vor allem in anderen Startups, ähm, hat uns persönlich, glaube ich, am meisten geholfen, um einfach aus den Fehlern anderer zu lernen, um, um, um Tipps, äh, Tipps und Tricks irgendwie abzugreifen, ähm, ähm, und dann halt auch gegenseitig sich zu helfen. Also, jedes Problem, vor dem man vielleicht gerade steht, hat er irgendein anderes Start, aber auf jeden Fall garantiert auch schon mal. Und, ähm, wenn man da ein entsprechend großes Netzwerk hat, dann, dann findet man immer irgendjemandem, der einem helfen kann. Das wäre so mein, mein Tipp Nummer eins. Mega. Vielen Dank. Ich würde damit jetzt auch so langsam schon mal auf die Zielgerade abbiegen, ähm, und finde, wir haben ein mega interessantes Gespräch bis hierhin geführt, ne, danke, dass du uns sozusagen zum Anfang erst mal in die Entstehungsgeschichte mitgenommen hast, ähm, ne, dass du erzählt hast, wie ihr, wie ihr angefangen habt, wie ihr es aus dem Projekt heraus entwickelt habt, dann seit September Vollzeit arbeitet, vor zwei Monaten gelauncht habt und eben gerade so dieses Thema Trauer und Trauerbegleitung aus eurer eigenen Historie herauskommt und jetzt ihr einfach eine super Purpose getriebene, äh, App habt, die ihr dabei seid zu monetarisieren. Wir haben darüber gesprochen, ähm, fand ich eine mega tolle Frage, die du mir auch gestellt hast, ähm, dass ihr nicht in Anführungszeichen nur die Trauernden selber begleitet, sondern auch Menschen in ihrem Umfeld dabei helft, durch die Trauer zu begleiten. Und wir haben auch mal nach vorne geguckt, ne, gesagt, okay, Internationalisierung, weil auch da Trauer ist international und eine, ja, uns alle verbindende Sprache des Herzens, ne, und, ähm... Schön ausgedrückt. Und, und vor allen Dingen ist Trauer auch nicht nur auf Todesfälle, ne, sondern auch irgendwie, äh, Liebeskummer, andere Schicksalsschläge, so, und auch da, ähm, gibt's natürlich noch Potenzial, Menschen irgendwie zu helfen. Finde ich, finde ich total spannend. Also, vielen Dank, dass ihr euch dieser, dieser krassen Thematik angenommen habt. Ja, vielen Dank für deine, für deine Einladung auf jeden Fall. Das war mein, mein erster Podcast, ähm, ich fand's auf jeden Fall sehr cool. Cool. Ja, ich auch. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr das hört, wisst ihr jetzt, wenn ihr selber trauert oder wenn ihr Trauernde in eurem Umfeld habt, mit der App Grevy könnt ihr erste Hilfe zumindest leisten, ne, wir haben auch gehört, was ich auch wichtig finde, eine gute Einschätzung, ne, dass du gesagt hast, es ersetzt nicht, ähm, eine psychologische Begleitung, aber es ist zumindest schon mal ein, 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 ein erster mega wichtiger Schritt, der vielleicht auch Hindernisse und Hürden abbaut und, äh, dadurch dann langfristig auch nochmal auf ein Netzwerk, äh, von, von persönlicher Begleitung bietet, ne. Also, wenn ihr das hört, ihr könnt, äh, jederzeit darauf zugreifen, guckt in den Shownotes, da findet ihr alle Links, die ihr, ähm, dazu braucht. Daniel, ich danke dir ganz herzlich für, äh, diesen Input zu dem Thema und ich danke dir da draußen, der du unseren Podcast gerade hörst, dass du bis hierhin zugehört hast, weil nur für dich machen wir das Ganze, um spannende Themen von Unternehmerinnen und Unternehmern, äh, rauszubringen, von denen wir alle profitieren können. Wir würden uns sehr freuen, wenn du, wo auch immer du diesen Podcast hörst, uns eine positive Bewertung darlässt, wenn du ihn teilst, in diesem Fall natürlich besonders mit Menschen, die gerade, ähm, mit Trauer zu kämpfen haben. Das letzte Wort, lieber Daniel, wenn du möchtest, überlasse ich dir und sag, äh, in diesem Sinne schon mal ciao und vielen Dank. Ja, danke auch nochmal, äh, erstmal an dich, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, aber auch an alle Zuhörer und, äh, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, ähm, meldet euch gerne, schon auf unserer Webseite vorbei, ähm, an möglichen Social Media Kanäle, Instagram und Co und, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, ciao. Danke, ciao.